Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Monster Legends und nicht irgendeine Folge, sondern es ist die Folge, in der im Sternzeichen-Labyrinth plötzlich ein Bewegungsrabatt kam und deswegen Shi-Hu seinen Endspurt zum Schlüssel für Virtue schaffen sollte, hoffe ich. Da bewegen wir ihn also, sind also am Anfang der Folge wieder fleißig am Glücksrad. Das sind wir ja ganz besonders gerne. Okay, in der Zwischenzeit kann ich mal kurz zwei, drei Fragen beantworten, die ich bekommen habe. Und zwar der Clan hier, wie kommt man da rein? Das ist so, der ist natürlich voll. Ist ja klar, aber ab und an räume ich eben auf und entferne diejenigen, die länger inaktiv waren, nenne ich das mal. Und das ist natürlich ein Zeitpunkt, zu dem wieder neue Leute dazukommen können. Und ich habe den jetzt mal auf Privat gestellt, sodass das also nicht mehr sich einfach von alleine wieder füllt und werde das nächste Mal aufräumen am Montag mittags und denke, da kann ich dann eben passend Leute reinlotsen. Die macht da ein Video, in dem ich das nochmal ankündige, am Montag dann eben, damit die dann eben passend reingehen können. Auf Zuruf, sage ich mal. Dann können wir organisieren, dass eben bestimmte Leute reinkommen und nicht der Erste, der sich meldet. Geht nämlich relativ fix, dass der wieder voll wird. Der Clan ist nämlich doch recht aktiv, aber wir sind eben offen für alle oder erstmal offen für alle gewesen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir das Ganze machen mit dem Team. Und ja, entsprechend sind wir jetzt auch kein Team aus vollen Profis. Aber ich kann es ja mal zeigen, dann in der nächsten Folge und ein bisschen Teamwerbung machen sozusagen. Als nächste Folge in dieser Folge ist aber die Folge, in der jetzt Chi-Hu durch eine Bewegung den Schlüssel für Virtue freischaltet, hoffe ich. Endlich, jawohl. Und da ist er. Virtue. Fortfahren. Den möchte ich gerne haben. Um den geht's. Zudem sind wir jetzt natürlich hier weit unterwegs. Da wird nicht mehr viel möglich sein. Einen Schritt macht er offensichtlich noch. Und es ist auch gut so, dass er noch einen Schritt macht. Und nicht Chi-Hu, sondern den letzten Schritt macht oder so. Mist. Da verschwindet er schon in der Wolke. Hier unten kommt er an der Zweier Rune vorbei. Dann geht's lange, lange, lange im Dunkeln rum. Bis er ganz hier unten erst fertig ist, wenn ich's richtig sehe. Ja, es ist noch ein langer Weg. Zehn Tage noch. Hoffen wir, dass wir noch ein oder zwei Bewegungsrabatte kriegen. Aber das hier ist ja nicht die Folge, in der es einen Bewegungsrabatt gibt, sondern den gibt es und den machen wir natürlich mit. Sondern das hier ist die Folge, in der ich schaffe, eine Million Futter anzusparen, bevor die Folge gemacht wird. Das ist natürlich schon mal ziemlich geil. Nein, das hier ist die Folge, in der ich mich dazu entscheiden werde, ob ich die 23 Gems jetzt ausgebe. Ich gebe sie aus, weil ich in 22 Stunden unterwegs bin und das ganze Wochenende quasi unterwegs bin und wir dann die Atemfolge nur mit Futterverlusten über PvP-Angriffe oder sowas ähnliches kriegen. Nein, weil wir die Atemfolge natürlich jetzt sehen wollen. Ich hab Monsterwut-Filme geguckt. Oh, drei Ruhnenplätze, alles klar. Danke. Ich hab Monsterwut-Folgen geguckt, um mir die Gems zusammenzusparen und ihn gleichzeitig ausgebrütet. Da ist er. Atom, höchst selbst. Ja, mir gefällt übrigens das Spiel, aber ich möchte euch gerade eben im Moment nicht bewerten. So, da ist er. Der General der Erdarmee. Atom ist stark, selbstbewusst und ein ziemliches Raubein. Nicht gerade das, was man feinfühlig nennt. Okay, auch vom Baby-Atom mache ich ein kleines Foto noch. Dann kann er gleich erstmal ein paar Ruhnen kriegen. Ich denke, wir sind hier bei rot. Wir geben ihm eine Ampel. Gelb. Bei schneller und grün. Wir geben ihm mehr Lebenspunkte. So, nachdem das mit den Runen geklärt ist, er soll offensichtlich Einsatz finden. Gucken wir mal, wie viel eine Million Futter eigentlich sind, würde ich sagen. Mittlerer Erdschaden sind sie auf jeden Fall schon mal. Mittlerer Sonderschaden und Lähmen sind sie auch. Na gut, Level 10, die Million fängt jetzt eigentlich erst an. Alle Gegner geringer Erdschaden, nehme ich natürlich sofort. Aber ich lege es ja auf ganz andere Attacken an. Mittlerer Sonderschaden und Lähmen, inklusive Abklingzeit. Parkenarbeiter drüben. 940.000 noch. Hallen verbündeten ein Schild. Die nehmen zwei Runden lang verdoppelt. Voller Schild für zwei Runden für alle. Das nehmen wir auf jeden Fall erst mal. Würde ich sagen. Voller Schild. So, Level 30. Mittlerer Sonderschaden. Lähmen. 30.1. Nehmen wir es jetzt, weil es mehr Schaden macht. Ja, nehmen es, weil es mehr Schaden macht. 800.000, Stufe 30 ist er. Sehr schwerer Sonderschaden. Also. Hat keine Abklingzeit, wird quasi dauernd benutzt, wenn nichts Besseres da ist. Leit doppeltes Leben und leitet zwei Runden lang 100% Schaden zurück. Hat eine Abklingzeit für einen Verbündeten. Leben oder gegen alle. Das ist der schwere Schaden. Okay. Also dann aufs Leben verzichten. Nicht auf den Multiangriff. 670.000. Ach, wir sind bei Stufe 40. Wir wollen den Atom ja auch noch was machen sehen, denke ich. Mittlerer Sonderschaden und Lähmen. Ja, genau. Habe ich ihm ja gerade eben quasi vergessen lassen. Da sind wir. Stufe 50. Allen Gegnern mittleren Erdschaden. Das ist quasi besser. Genommen. So, Stufe 50. 500.000 Futter rausgeblasen. Das ist natürlich erstmal nicht schlecht. Ich denke, aber wir bringen ihn schon noch bis zu 60 auch. Mittleren Sonderschaden kann das Ziel lähmen. Hat eine Abklingzeit. Abklingzeit. Ja, habe ich ihn ja schon vergessen lassen. 55. Und wäre gleich auf mit dem Pad. Und 300.000 Futter in die anderen Legis stecken. Na, wir gucken noch, wie weit es weiter geht. Eine Million. Was bedeutet denn jetzt eine Million? Erdoffensive. Allen Gegnern geringen Erdschaden. Und alle lähmen. Das könnte natürlich eigentlich auch interessanter sein als mittlerer Erdschaden. Durch das alle lähmen, würde ich sagen. Zuschlagen kann er ja schon. Wo geht es noch hin? 65. Allen Gegnern mittleren Erdschaden haben wir doch gerade eben andersrum entschieden. 70. Nein, die 70 erreiche ich nicht mehr. Die 69 also. Da kriegt er einen neuen Namen. Ich nenne ihn Brain. 69. Weil es halt gerade passt mit Level 69 auf. 69 fangen wir an, ihn zu spielen. Runen hat er auch mächtig gekriegt. Gab es nichts für den Krieg zu füttern. Aber es ist auch der nächste Krieg. Und der nächste Krieg ist wieder Epic, Dunkelheit und Licht. Dann der Epic, Dunkelheit und Licht haben wir ja letztes Mal schon hochgefüttert. Dann bleibt das eben so. Ja, Vorbereitungstag. Der letzte Krieg war unentschieden, haben wir gespielt. Tatsächlich unentschieden. Wie das manchmal so ist. Ich denke, wir gucken mal auf die Abenteuerkarte. Weil wir einfach einen Platz brauchen, wo der Atom sich mal austoben kann. Und hier habe ich drei Wellen zur Verfügung. Die nehmen wir mit. Ändern das Team. Die Epics nehmen wir mal weg. Also General Atom. Sein Pad. Und den No-Brainer dazu. Und dann gucken wir mal, wer Wirkung aufnehmen kann. Machen wir es mal ganz defensiv. Erstmal ein 21.000 Lebenspunkt dickes Schild aufgebaut. Genau. Du baggerst mal ein bisschen. Und erhöhst deinen Schaden. Schöner Feuerball. Auch ein schöner Feuerball. Aber das Lebensschild hält einiges aus, würde ich mal sagen. Ein doppeltes Leben und zwei Runden lang Schaden zurückwerfen. Wäre eigentlich noch besser gewesen, das noch vor dem Schild zu bringen. Aber er hat hier eh schon ein Schild. Jetzt können wir uns aussuchen, auf welche Art und Weise wir auf den Gegner einschlagen. Dreimal halb tot sozusagen. Du brennst. Das sollst du aber nicht. Dann nimm du mal einen raus. So, und jetzt der Brainer. Also, ich bist jetzt aufgepumpt. Wirfst deinen Schaden zurück. Alle Spielereien, die gehen. Die Erdoffensive hat aber eine Erholungszeit. Also, einmal tot schlagen. Genau. Nächste Welle. Da kann er gleich anfangen. Einmal alle lähmen. Genau, so sieht es aus. Du setzt noch einen drauf und haust die Ineile noch ein paar Steine um die Ohren. Genau. Und dann sind sie natürlich erst mal gelähmt, bevor Ursula Sammer langsam auch auf das Kampffeld heraufgeschlurft kommt. Nein, vorher ist ein General selbst noch mal dran und lädt auf. Er hat seine Ausdauer schon verbraucht. Ja, was machst du? Einen halt tot hauen. Ja, wer ist der dritte Mann für das Atom-Duo? Das ist die Frage, die sich stellt. Wer spielt eigentlich mit den beiden zusammen? Das klären wir noch. Aber vielleicht hat der Hammer auch einfach nur Level 45 und ich habe nicht darauf geachtet. So, einen tothauen. Kann er offensichtlich. Jetzt kriege ich mal Schaden, ja. Ob der jetzt zurückgeworfen wurde oder nicht, kann ich leider nicht mehr erkennen. Und dann gucken wir uns die dritte Welle auch noch an. Und was haben wir in der dritten Welle? Nächste Welle. Aha, dreimal Wämpfel. Fangen wir mal an wieder zu pumpen. Gepanzerte Truppen. Und die Ausdauer können wir unter dem Schild ja mal wieder wachsen lassen. Ja. Na gut. Er ist gerade aufgedreht. Soll er auch seinen Schaden kriegen. Fächerangriff geht noch. Hoffentlich keine Stilllegung. Fächerangriff geht noch. Alles klar. Weiß nicht, wer die drei Wempwirls steuert. Tja, dann machen wir wieder einen Halbtot. Nein, verfehlt. Ist natürlich tragisch und dramatisch. Erdoffensive. Auf alle und alle Leben, wenn es klappt. Genau. Ja, ist schon mächtig, die Sau. noch die Makroseismik hinterher. Und da ist er gleich nochmal mit seinem Streitkolben. Einmal umhauen, bitte. Danke. Genau. So sieht es aus. Drei Sterne. Ähm, Erfahrungspunkte für jeden hier klar. Ursula Hammer ist tatsächlich Level 47 nur, deswegen kann er nicht mehr mithalten. Ich muss eben doch auch die anderen Legis ein bisschen füttern offensichtlich, aber jetzt erstmal vielleicht eben die Frage, wen füttert man jetzt in das Dreigestirn da rein? Wer passt zu Pinky und Brain? Duchess? Das ist hoffentlich nicht die Antwort. Mal sehen. Aber Duchess kann man ja mal ausbrüten. Ist ja immerhin Erde. Was steckt hier hinter? Ah, wollte ich auch nicht haben. Ich möchte eigentlich Goldcore sammeln. Aber so ist. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, am Montag, denke ich, habe ich vormittags die Folge oben, die dann ganz genau erklärt, wie man das schafft, in den Clan reinzukommen und dann ist eben der Platz auch da und dann machen wir das am Montag und dann freuen wir uns darauf, dass wir am Montag drüber quatschen können, wie wir in einem Clan sind und wie wir uns gegenseitig Videos hinschieben und herschieben können und ähnliches Zeug. Bis dahin erstmal viel Spaß und ein schönes Wochenende. Ciao.